Hallo, mein Name ist Marc Paschalis. Ich bin bei der IT-Systems im Bereich SAP Offering Manager für das Thema Digitalisierung. Gerade im Bereich SAP ist das Digitalisierungsthema sehr umfangreich. Themen wie beispielsweise IoT, S4HANA-Integration, C4HANA-Integration, Blockchain sind nur einige erwähnenswerte. Um in diese Themen näher greifbar zu machen, haben wir bei IT-Systems das Connected Greenhouse entwickelt. Wir möchten Ihnen als Kunden anhand von einem einfachen Produktionsprozess bei uns der Produktion eines Smoothies zeigen, wie innerhalb dieses Produktionsprozesses die verschiedenen Technologien Sie unterstützen können. So haben wir beispielsweise die Cloud of Things. Mithilfe der Cloud of Things können wir durch diesen Cloud-to-Cloud-Connector einer IT-Systems-eigenen Lösung relativ einfach IoT-Devices in die SCP einbinden. Außerdem haben wir Digifront. Digifront ist auch unser eigenentwickeltes Reporting-Tool. Da sind wir in der Lage, Daten aus dem S4-System oder dem C4-System zu ziehen und dann über das Reporting entsprechend auszuwerten. Ein weiteres Beispiel ist die Blockchain. Mithilfe der Blockchain sind wir in der Lage, Informationen aus den verschiedenen Systemen einzusammeln, in einer zentralen Blockchain zu sammeln und dann auch auszuwerten. Zum einen hat der Kunde dadurch die Möglichkeit, sich Informationen über das eigentliche Produkt zeigen zu lassen. Andererseits kann auch ein Auditor oder ein Wirtschaftsprücher sich Informationen, die er benötigt, aufrufen. Für viele der Digitalisierungsthemen bieten wir bei T-Systems Jumpstart-Pakete an, um Ihnen den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern. So haben wir beispielsweise Jumpstart-Pakete für den Bereich Digifront, für den Bereich SAP Leonardo oder für den Bereich Subsecurity. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns hierzu kontaktieren würden und wir Sie bei dem Weg in die Digitalisierung unterstützen können. Aufmerksamkeit und aufmerksamkeit Vielen Dank.